Yo, Leute, was geht? Ich liebe ja Power Level und habe mir ein neues Format überlegt. Zum Beispiel von verschiedenen Anime, jeweils immer vom ersten bis zum letzten Arc. Zum Beispiel von Dragon Ball, Naruto, Bleach und weitere große Battle Shonen. Ich dachte mir, ich mache mit One Piece den ersten Schritt und der Anfangs-Arc ist Romans Dawn, beziehungsweise grenze ich das gerne mal als Shelltown-Arc ein. Flashbacks werden nicht beachtet, somit befindet sich hier keiner von den Rota-Piraten. Den Anfang macht ein Marinesoldat, der im Deutschen den Namen unvorsichtig bekam. An sich ist er ein normaler Marinesoldat, somit ist er ein etwas militärisch ausgebildeter Mensch. Platz 9 bis 7 belegen drei Mitglieder aus Alvidas Piratenbande, und zwar Pepoko, Hepoko und Popoko. Die haben ein menschliches Stärkeniveau, allerdings haben diese womöglich Jahre Erfahrung als Pirat. Ich habe diese einfach nur danach bewertet, wer stärker aussieht und das wird in diesem Fall sicherlich zu 99% korrekt sein. Wieder jemand von der Marine, und zwar Captain Ripper. Er ist dann ein Marine-Captain und hat demnach viel Erfahrung. In der Top 5 angelangt und da haben wir erstmal Alvida, eine physisch starke Frau mit einer Keule. Sie würde wahrscheinlich die davorigen Charaktere im Alleingang besiegen. Axthand Morgan ist ein ehemaliger Marine-Captain und wer hätte es gedacht, er hat eine Axt als Hand. Dies hat er einem Piraten namens Kuro-Captain-Black zu verschulden. Morgan ist übrigens auch der Vater von Helmeppo. Er wurde von Ruffy besiegt und von der Marine verhaftet. Auf Platz 3 haben wir den Main-Charakter, den wir alle lieben gelernt haben. Monkey D. Ruffy, der zukünftige König der Piraten. Ein Gummimensch mit einem eisernen Willen. In diesem Arc sahen wir, dass er seine Gliedmaßen strecken kann. Außerdem ist er immun gegen einfache Patronenschüsse. Piratenjäger Zorro ist das erste Crewmitglied, das Ruffy rekrutiert hat. Zu dem Zeitpunkt war er definitiv stärker als Ruffy. Er hat viel mehr Erfahrung. Offensichtlich, denn er hat Piraten gejagt und ihr Kopfgeld eingesammelt. Monkey D. Garp, Held der Marine und Opa von Ruffy. In seiner Prime war er so stark wie Goldie Roger. Wie stark er zu diesem Arc war, wissen wir nicht genau. Man könnte es circa schätzen, wenn wir demnächst mal sehen, wie stark er immer noch ist. Ich schätze ihn zu dem Arc auf circa Low Yonko Level, wenn wir davon ausgehen, dass der aktuelle mindestens noch First Commander bis Low Yonko Level ist. Übrigens möchte ich aus meiner Sicht einer der interessantesten Charakter erwähnen, da dieser ebenfalls zu sehen war. Und zwar Bogar, die rechte Hand von Garp. Wie stark er ist, werden wir wohl in Zukunft erfahren, vielleicht sogar in näherer Zukunft. Die Chancen stehen aber gut, dass er Yonko Level sein könnte. Das war's auch schon mit dem Power Level zum ersten One Piece Arc. Der nächste Arc wird Orange Town. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.